hallo leute und willkommen zurück zu einem neuen part von shot online wieder mit dem chris der bus und meiner wenigkeit ja wir spielen heute rufus ein kurs den wir von part 1 an erwähnen immer wieder und das nicht ohne grund eigentlich ja wir haben unsere clip ein bisschen gechanged ich soll doch mal wieder ins spiel tappen wir haben jetzt andere schläger benutzt die was weiter sind als die die wir bisher benutzt haben außerhalb die eisen das sind immer noch die gleichen ja und dann drückt uns mal die daumen dass man hier halbwegs lebend durchkommen ohne hier stellen wir mal ein bisschen mehr zeit ein bisschen mehr paar justin case und dann legen wir mal los das könnte eine lange runde werden das sage ich jetzt schon also das werden lange parts das erste war ein paar drei ja ich erinnere mich dunkel mit 2,8 meter rückenwind oh gott wie habe ich das spiel ich vermisst manchmal oh der geht zu kurz der geht viel zu kurz oder ist das eigentlich schon der dritte abschlagsloch ja rechts hoch unangenehm das heißt wir spielen auch hier vom dritten abschlag mit 90 prozent ich darf ich darf ich darf oh gott die sind aber relativ langsam im bunker schade bleib stehen bleib stehen bleib stehen danke oh gott wie einen halben herzinfarkt ich bin gefuckt komm chip in so nicht oh scheiße oh gott aber hier noch nicht zum glück zum glück jaja ich geh jetzt auch level up oder ja nice 50 damit bist du höher als dein höchster äh ja oh aber gibt schon weniger ne gb boah du hast jetzt 4000 dp weniger gekriegt ja oh gott oh gott äh oh gott ich will nicht was war das problem bei dem loch links rum und dann meistens sind wir früher wie mit den größen also mit dem großen bin ich dann rechts rum gegangen aber da aber nicht bei drei meter gegenwind das das problem oh gott äh ja ok perfekt shot richtig schön oh jetzt müssen wir nämlich den weiten weg nehmen von hier aus ja weiter abschlag fairway nice wäre rückenwind würde ich es probieren auf den direkt rechts zu kommen das würde locker hinhauen von der weite mit rückenwind ja deswegen ok ähm drei weniger da Pods schade oder wir gehen nicht in den Bunker ok 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 oh neuer weitester schlag 366 ok das 3i kommt nicht dahin jetzt ist die Frage lieber dahin oder lieber dahin eigentlich lieber dahin ja von der Fahne aus lieber dahin ok dann wollen wir es mal ausprobieren ob es hinhaut Alter gerade hast du aber einen Dreh raus da geht zu kurz da geht zu kurz da geht zu kurz ganz gut ganz gut ich weiß warum ich den Kuss nicht gemacht der sitzt einen so unter Druck vor allen Dingen ist es jetzt komplett dagegen bin 3 Meter ich kratze der Sphinx am Arsch rum mit meinem Ball schön Fairway Alter die Büsche sind neu Alter die Büsche sind neu ja die Katzen waren voll Nitter was anderes fällt dir das jetzt nicht ein als Alter die Büsche sind neu ja was soll ich denn sonst sagen kannst du dich ja mal mit dem Hintern rein stürzen ne lass mal rechts hoch oh mein Gott wie ich es hasse oh mein Gott ist schon weit okay damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet nicht schlecht der Titscher der war so knapp darf ich jetzt die Formel anwenden ich habe keine Ahnung ich weiß nicht vielleicht galt die auch nur für den Verdandi SW ich kann es dir nicht wirklich sagen weil den hat ja eigentlich jeder verwendet 42 das ist ja ein 62 nie im Leben 62 vergisst mit Backspin halt wohlgemerkt ja aber Backspin alter ich habe Rückenwind rechts hoch und Backspin nöden keiner sagt das ist das ist das ist richtig ach du bist doch ne olle Mistmöne was ne olle Mistmöne 4 par zu fest zu fest zu fest wo kommt die kurve her jung bleib stehen ich warne dich ein letztes mal das interessiert den glaube ich wenig ja das ist das Schlimme da xp gibt es hier ganz gut weißt du noch früher die taktik mit rechts rüber spielen meinst du ah ja rechts rüber hier in den sand rein mit absicht ach so ja genau da war ja irgendwas ich probier's nochmal nee ich hab kein interesse gerade daran für die kurse im ach stimmt das war der scheiß mit dem höhenunterschied aber ich weiß nicht ob das so gesund ist mit rechts rein in den sand no risk no fun ich mag den kurs risky und funny sind wir alle aber hey wer mag schon wer mag alles kartoffelchips schande und genau das ist das risiko dabei aber ich bin weiter weg ich hab ein problem ohoho scheiß im roten gestoppt ey ja hätte schlimmer ohoho ich seh nix scheiß kaum aber da kommst du noch gut hoch du liegst nicht direkt vor der mauer wie ich meistens früher 53 darf ich das jetzt anwenden ach ich versuch's einfach mal mir halt schief gehen kannst nicht im linkszug ist das irgendwie oh gott gehst du weit hopp ok der sw sagt nö also ich glaub wenn wir hier mit plus 5 oder so rausgehen ist das schon gut für den anfang stopp 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 halt doch bitte an ok also der also der sw nimmt also nimmt den bunker fast gar nicht an teilweise schöner backspin ok du meinst plus 10 ist gut hier bei ja ja dann können wir zufrieden sein glaube ich für den ersten versuch 18 löcher grö้er ja ne ok schön also wenn ich hier mit plus 10 rauskomme naja dann gehe ich mal noch von noch nicht von aus so wie das gerade aussieht hier war was mir das von links um die statue rum sicher hier drauf spielen und dann darüber war dann irgendwann das problem manchmal hat man nicht genug stärke gehabt dass man dann bis dahinten auch hin kam bis zum green mit dem ersten versuch ja ne1 ok gestoppt zu lang da zu kurz ein so nice war besser als ich erweitert habe nachdem ich fast im orange rechts gestoppt habe okay ich glaube ich gucke mir mal gerade die Trophys an von Rufus, die sind alle auf dem Ort, die sind ja auch sehr panisch. Der SW nimmt ja wohl gar keinen Bunker an, aber auch null. Ich weiß schon, warum ich den Kurs nie gemocht hab. Ich hab den immer gern gespielt. Genau, mein Freund, schütteln mit dem Kopf. Kann ich nicht behaupten. Nee, das war auch ironisch gemeint, weil ich meistens hinten rüber geschlagen hab. Ist okay. Oder zu kurz? Na, diesmal war ich schon okay, dass ich zu kurz geschlagen hab. Ist lieber, als wenn er auf dem Green aufticht und dann hinten den Berg runter geht. Also, ist jetzt gut. Na, kriegst du nicht gestoppt oder was? Ja, bin gerade so durch zum Stoppen gewesen. Okay. Hast dich noch hinter mich gelegt. Mach mal jetzt Sandengel. Not really. Ach man. Jo. Das war jetzt nicht so. Oh. Oh. Gott, wenn die einmal im Sand landen ist, bist du... Oh weh, oh weh, oh weh. Boah. Ach, come on. Der muss doch mal reingehen. Nee, der will nicht. Siehst du doch. Der sagt nö. Drecksmurmel. Ach, schon wieder ein Boogie. Nice one. Ah, Gott. 4 Par. Wieso hat der Par jetzt nur 6500 XP gebracht? Wahrscheinlich, weil es nur ein 3er ist. Äh. Nee, bei unserer Dings-Aus ist unser... Ah, das ist bloß 3er da. Ah ne, der 2... 2-E-Rodding da. Komm und jetzt ab aufs Green. Ja, klar. Nicht mit der Wind. Wer Rückenwind. Dann hätte ich sogar freiwillig in den Bunker reingespielt. Aber so versuche ich, um Green zu... Ah, ein Fairway zu landen. So. Passt. Fairway. Ach du Scheiße. Stimmt. Das Ding hier ist rausgelaufen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich versuche jetzt mal mitten auf Screen. Obwohl ich irgendwie gerade die dumpfe Vermutung habe, dass das nicht funktioniert. Weil ich irgendwie noch zwischendurch Probleme habe, die Schlägerisch einzuschätzen, die Curry zumindest. Oh. Bleib liegen, du altes Ding. Dann nimmst du den Backspinner, Alter. Ich habe keinen Meter Spin da nie gegeben. Und 1,2 Meter Gegenwind, kannst du mir nicht erzählen, dass die so Backspinner reinkriegen. Oh, ein Green. Und wahrscheinlich, weil du auf dem Högner gelandet bist, ne? Geronimo. Geronimo ist immer gut. Geronimo, kannst du dafür nichts? Ah. Ah. 30 Chance. Aber ich bin weiter weg. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, wer hat das Grüne erschaffen? Das geht rechts-links, rechts-links, rechts-links. Aber richtig rechts-links. Äh, rechts-links. Ist okay. Paar. Hauptsache Paar. Ich bin... Ja. Ist okay. Ist okay. Nice one. Good. 4 Paar. Na, ist so viel schwer jetzt. Ja. Ich bin die zweite. Oh lol. Alter. Oh, jetzt gibt's die ganzen Tränke, alter. Echt jetzt? Ich kann euch mit dem Müll zuballern. Oh mein Freund. Oh mein Freund. Oh mein Freund. Oh, fairway. Yes. Oh, neuer Waldenrekord für mich. 366,8 Yards. Was mir mehr Sorgen gemacht hat, ist wie tief der Richtung Düne ging da eben. Oh, ich hab grad nen Rechtshoch drinne. Das wird B tun. Uh oh. Ah, geht. Fairway. Uh, das ist meiner Kritzer ist. Ich hab mit dem Wind ges... äh, ich hab gegen den Wind gespielt. Also mit Backspin rechts rum. Jetzt ist die Frage wie der SW... Ich trau dem SW momentan nicht. Aber keinen Meter. Das hab ich grad eben gemerkt, das kommt gar... Oh, schon wieder Rechtshoch. Nice. Ui. 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 Nice approach. Yeah. Ja. Der geht zu weit. Oh ne. So war noch so zu weit. Dream. Birdie Chance. Wie gesagt, ich trau dem SW momentan nicht. Also Sandbunker hier nimmt der fast gar nichts an. Oh. Yes. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Äh, es gibt das nur noch 8,7? Jo. So. Ja. Uns fehlen... die... 55%. 50%. Oh, Alter. Oh, Alter. Das könnte spaßig werden. Ach. Das Loch. Versuchst es? Oder... Machst es nur auf den zweiten? Er versuchts. Er versuchts. Er versuchts. Er versuchts. Er versuchts. Auf die... Auf die Mauer! Ah! Ich wollte auf die Mauer. Nix Mauer. Ah! Du Mauerkind, Alter. Auf die Mauer! Dabei bist du der Ösi von uns. Ja, und? Du woll... Du wollschst auf die Mauer. Ja, auf die Mauer. Aber... Warum habe ich das Gefühl, dass bei mir jetzt die Pyramide im Weg stehen wird? Ich hab keine Ahnung. Weibliche Intuition? Ja, wahrscheinlich. Perfekt Shot! Wow! 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 Pfff! Und noch fast eine Mauererwisch. Der war gut. Interessante Kurve! Der war gut. Na, das gibt keinen. Pfff! Uiuiui! Ich wollte nicht, wenn ich so scheiß stoppe. Ach, der ist noch zu weit! Okay. Interessant. Kann es sein, dass du vielleicht die, äh... die Bunker geändert haben? Ich weiß es nicht. Scheint so. Also auf jeden Fall, die alte... die alte Rechnung funktioniert nicht mehr. Die Bunkerauswirkung. Ja, aber das ist immer noch wie früher. 67 bis... Oh, nein. Klatsch. Da hat er sich ein Head-Bunk gegeben. Head-Nut! Face-Palm! Klatsch! Falsch! Und der nächste Chip-In. Äh, nee. Das wäre denn Nummer 6. Oh! Ernsthaft! Ich greife! More! Ich mag die Fahne. Ich mag die Fahne. Hm. Ja, ich erinnere mich. Wenn du gut genug warst, konntest du rechts um die Pyramide rumspielen. Das Problem ist, dass ich 4 Meter gegen bin. Ja. Das heißt? Da konntest du da hinten rumspielen. Da hinten. Aber auch meistens nur, wenn die Driver hoch genug sind. Ich glaube hier, die gehen zu tief. Ja. Das heißt, Tornado oder Hurricane musstest du da haben. Hm. Äh, wo ist der Winkel? Hallo? Ja, bei 4 Meter gegen den Meister, da kriegt der noch viel Winkel. Der soll Winkel kriegen, der soll nicht mit mir diskutieren. Hier, da würde ich landen, könnte ich landen mit etwas Glück. Hm, soll ich's riskieren? Ich hab keine Mulligans dabei. Das könnte bitter werden, wenn das nicht passt. Ich probier's. Oh, aber... Come on! Komm, 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 komm! Nein, nein! Oh, ohne Gegenwind wär ich da hingekommen. Scheiße. Ja. Ähm. Okay. Okay. Ja. Ja gut, wir sind nicht so weit weg von dem, was wir früher gespielt haben vom Level. Ja, du bist inzwischen sogar drüber. Ja, 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 ja. Ja gut, aber äh... Beispiel, du hast keine Hurricane mehr. Ja. Ja, aber hier der Driver ist nicht viel kürzer. Aber halt nicht so hoch. Ja. So spiel ich jetzt auch mal, versuch ich mal safe darüber zu spielen. So, ich kann jetzt nicht groß sagen, wie groß jetzt der Unterschied ist zwischen dem, was ich da anhatte. Ja. Come on, bitte Wings aufs Screen. Nein. Ach. Gut. Oh. Ja. Hör auf zu zichten. Da war die... Da war die Luft raus. Oh, neunte Loch, ne? Ja, ich seh grad. Und? 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 Könnte eng werden? Oh. Yes. Der war nice. Der war nice. Zwei Schläger drüber. Schön. Gegenwind und Bunker. Ah, Schlecken. Passt. Ich hab grad das sumpfe Gefühl, das wird hier nicht gut enden. Na komm. Ich trau mich. Go, Wolkchen. Ich hab auch seit Zeit an. Ich trau mich. Zu kurz. Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho. Am Arsch. Was? Ernsthaft! Da habe ich schon mehr gerechnet weil mir irgendwo klar war, dass der Wind mit reinspielt 4 par aber sicheres par auf meiner Seite Ja ihr Lieben, dann sage ich jetzt schon mal Ciao 4 par und ich hoffe, dass der Part euch gefallen hat und dass ihr auch beim nächsten Part von Shot Online wieder mit dabei seid Macht's gut, Ciao, Ciao Fia